und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge oder wieder zu einer folge apex legends auf diesem kanal ich finde euch viel spaß und ich würde sagen los geht's ich habe mir gedacht ich lade mir mal wieder apex legends runter und spiele es jetzt und ich würde sagen los geht's mit dabei ist die liebe butterfox und ich habe wieder lifeline wie immer haben wir außerdem noch frei und der misser pick hat den path finder nutzen los geht's hier aus ich glaube es ja gar nicht so wir haben hier fast alle häuser durch hoffentlich wir haben ich habe waffen gefunden sei dank so ist hier noch um was ja da steht noch vor als behälter herz wo wir das sehen sehr schön dass wir nicht daran haben genau die immer mit ihr habt schon alle körper schilder und salat bringt jetzt auf deutsch nicht mehr auf englisch weiß nicht damit so gefällt hier ist schwere munition leute dann würde ich sagen machen wir uns doch mal auf den weg hier übrigens noch keinen gegner gesehen das ist wundervoll ich habe keine scharfschützen ja geil ich mache ich mache ich mache ich bleibt ihr leute so ich hoffe wir sehen jetzt mal ein paar gegner aus hier das wäre sehr schmack auf hat ja ziemlich noch neun verbleibendes kurz und wir haben da schießt jemand ja bitte 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 ich will gegner so bei einem boden ja warum haben wir mich denn überhaupt das war dumm ey oh man ich glaub's ja gar nicht was hier schon ist drin oh körperschild knockdown schild oh oh ohne prowler mitgenommen equal the prowler ja geil aber jetzt ist hier keiner mehr ja nice oder soll ich doch lieber die prowler nehmen ich weiß nicht ich lasse euch mal oh die nehme ich mit die nehme ich mit so nach diesem kleinen kampf hier haben wir uns weiter in die zone gegeben in richtung zone so noch 30 oder ist ein gegner ja fight 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 ich habe die prowler übrigens jetzt doch mitgenommen ha hab dich mach dich jetzt alle ja finisher finisher ha zack das war's oh da steht eine goldene kiste ich helfe euch wir haben gerade den kompletten kombiniert oh wir haben schon erledigt okay dann geh ich wieder raus wir haben den kist mit zwei goldene gruen ich hab so viel goldenes zeug ich hab ne goldene rüstung ich hab ne goldenes schild ich hab zwei goldene waffen hier ist eine optik Junge ich hab so gutes zeug ich glaub's gar nicht das ich glaub's ja gar nicht oh die zone die zone oh 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 da ist noch ne goldene kiste die will ich noch haben und scheiße drin fuck oh das ist jetzt nicht so geil nicht so geil dumm 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 sehr dumm sehr dumm sehr dumm gewesen Super Super Doom nein 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 Ich glaub's nicht, jetzt sind hier alle down, oder wie? Wo ist die Heildrohne hin? Ich glaub's nicht Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich Aber schon, wir schaffen das Ich hab keine, ich hab keine Heilung Fuck Nein Ich weiß nicht, ob ich dich krieg Scheiße, das halt, schaff ich nicht Das schaff ich nicht, Kollege Scheiße Dann nimm's doch mit Nein, 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 nein Aber ich hab, ich kann mich, äh, selbst wiederverleben Aber ich glaub nur einmal Danke, aber das ist dumm Jetzt nichts wie in den Ring, komm Nein Ich glaub's ja gar nicht Ey, das ist ja, die Minute läuft schon wieder Ich glaub's ja gar nicht Ich muss erstmal wieder in dieses Spiel reinfinden Und gleich so eine Action hier Oh Mann, ich hab nicht mal Heilung mehr Der Ring ist in der Nähe Ja, der Der Ring ist in der Nähe Ich hab keine, ich hab nur noch diese zwei Heildinger hier Das war dumm Das war dumm Hab ich wenigstens noch irgendwas anderes dabei? Der Ring ist in der Nähe Let's go Oh Mann ey, das ist wieder hier Chaos am Ende Das sind noch vier verbleibende Squads Wir sind eins davon Äh, einer von uns ist schon down Und es gibt kein Wiederbelebendes Ding mehr Und, äh, ich hab erst einen Oh Mann, das ist ja wirklich Da vorne ist ein Okay Noch zwei feindliches Quads Ich sehe auf der Karte, dass der Ring sich bewegt Oh, da ist ein Gegner Ja, ja Hello there Okay, sollen wir angreifen oder uns wegschleichen? Du gibst die Du sagst, was wir machen sollen Angreifen? Angriff Jawohl So liebe ich das Direkt rein Überraschungsmoment auf unserer Seite Komm Komm, 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 komm Komm, wir schaffen das Und, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Komm, 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 komm Ich will nur mindestens ein Swat ausschalten Stelle Kontakt zum Feind her Okay, ich gehe außen lang Du greifst direkt an, hoffe ich Splittergranate unterwegs Splittergranate unterwegs Das hast du uns natürlich schön angekündigt Oh, die hat ja super wenig Rückstoß Jawohl Oh Gott, was war jetzt? Scheiße Oh Mann Ich belebe ihn einfach mal wieder So einen auf YOLO Basis Nein Ich glaub's nicht Oh mein Gott, jetzt geht die Action ab Oh Gott Action Ja Das ist der letzte Nee Nee, hä Ach, der hat sich wiederbelebt Ciao Ich hab'n ganzen Squad erledigt Alleine Im Alleingang Ja, komm Da ist noch einer Irgendwo ist einer Irgendwo ist noch einer Irgendwo snipet jemand auf uns Ich reparier Ja, der hat seine Ist einer Okay Egal Okay, irgendwo ist noch ein Okay Wo ist der Typ? Also, die Typen Ich weiß ja nicht, wie viel es sind Ich habe irgendwie Angst, da rauszulaufen Noch ein verbleibendes Squad Egal, schau's drauf Okay, wo bist du? Okay, die Zone Oh, 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 oh Die macht richtig viel Damage Wenn sie so klein ist, glaub ich Okay, da ist er, da ist er, da ist er Oder die Ich weiß nicht, wie viel es sind Da ist er, da ist er Ja Oh, nur noch einer Wir sind die Champions, Alter Geil Mit 5 Kills Oder wie 4 Wie viel waren es? Ich weiß es nicht Wir haben auf jeden Fall gewonnen, Leute Das war wieder Apex Legends Ihr seid die Apex Champions Dann würde ich sagen Was ist für heute? Wenn es euch gefallen hat Würde ich mir natürlich Einen Daumen nach oben freuen Oder netten Kommentaren Übernahme Natürlich auch Und wenn ihr zwei der Zähne Witz bin ich ja ausgefahren Und wir haben 5 Kills Das war doch mal wieder Klasse Bis zur nächsten Folge Apex Legends Ciao